Die Lebenshilfe Oberösterreich ist eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation zur Förderung, Beschäftigung und Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in allen Lebensbereichen. Beim teilbedeuten Wohnen werden Unterstützungsleistungen mit einem Wohnraum von uns zur Verfügung gestellt. Selbstbestimmtes und möglichst eigenständiges Leben der Bewohner steht dabei im Vordergrund. Die Wohngruppe ist so aufgebaut, dass es drei Einzelwohnungen gibt und eine Paarwohnung und es gibt eine Gemeinschaftswohnung, wo man dann gemeinsam kochen tut, am Abend auch mal Fernsehen schaut oder Spiele macht, wo es Besprechungen gibt, wo einfach das ganze Soziale dann abläuft. Wir haben die Vorgaben gehabt, dass wir Bewohner eher vom Vollbetreuten ins Teilbetreute kriegen. Und da haben wir uns was überlegen müssen, wie geben wir unseren Bewohnern mehr Sicherheit in der betreuerfreien Zeit. Und durch das sind wir zu Loxone gekommen. Wir haben eine Wohnung angeschaut in Linz, die hat uns damals schon sehr gut gefallen. Und dann sind wir zu diesem Showroom nach Kollerschlag gefahren und dann waren wir natürlich sehr begeistert und haben gewusst, dass es so viele Sachen, die wir brauchen. Und was halt bei Loxone sehr, sehr gut ist, auch in unseren Bereichen, im Behindertenbereich, dass so viel Technik im Hintergrund abläuft, dass unsere Leute ja gar nicht merken und sich aber im Alltag sehr unterstützen können. Das hat für die wichtigsten Themen an Anfang, gerade in der Planungsphase, war für die Bewohner sowie auch für die Betreuer, dass man die Angst vor der Technik nimmt. Und dass das Ganze unterstützend ist und auch sein wird und nicht nur mit dem Tablet oder mit dem Smartphone zu bedienen ist, sondern natürlich ganz normal über Tasken und das für jeden Bewohner individuell einstehbar ist. Sei es die Beleuchtung mit Lichtszenen oder verschiedene Musiksachen, die Handtemperatur und natürlich ganz viele andere Sachen für jeden, wenn es auch individuell einstehbar ist. Bei der Umsetzung der Wohngruppen war uns ganz, ganz wichtig, dass wir auf das Thema Sicherheit groß abgehen. Und da haben wir natürlich mit Loxone einiges umsetzen können und alleine schauen die Brandmelder oder die Wassersensoren oder auch der Strom aus in der Nacht. Also eine der wichtigsten Funktionen ist sicher die Abschätzung des Eherts beim Verlassen der Wohnung. Umgesetzt haben wir das mit einem Einbauten. Beim Betreten der Wohnung wird der Ehert eingeschaltet. Genauso war der Wasserkocher bzw. Kaffeemaschine mit einer Smart Socket. Und beim Verlassen der Wohnung, wo man den Schlüssel einfach abzieht, wird der Ehert ausgeschaltet. Genauso war dann der Wasserkocher. Wir haben in diesem Sommer schon wirklich auch das auskosten können, was Loxone auch gut kann. Das ist die automatische Beschattung. Die war sehr, sehr wichtig. Und auch der Sichtschutz dann am Abend, wenn bei Sonnenuntergang dann wirklich auch die Raffstores zu machen, dass für unsere Bewohner auch der Sichtschutz gewährleistet ist. Also die Rastro-Wochen haben wir mit einem Fenstergriff hergelöst. Der hat den Vorteil, dass wir da natürlich die verschiedenen Stellungen vor der Tür abfahren können. Das heißt, es kann nicht passieren, dass man dann die Tür aufmacht, rausgeht und sich dann über eine Zeitfunktion die Scharosine abgefahren, sondern die bleibt einfach dann oben und die fährt auch auf. Und nach dem wieder schließen der Tür, fährt der, wer in der Ausgangstellung zog, wo es vorher war. Die Zutüttlösung wurde mit einer Loxone unterkomplexell realisiert. Das heißt, der Besucher kann jede Wohnung einzeln auswählen und anleiten. Und in der Wohnung wird der Bewohner mittels Music Server via akustischen Signal benachrichtigt. Die Nachblickfunktion wird im Touch in Bett eingeschaltet. Das haben wir geändert vom standartmäßigen Top- oder Dreifachklick über einen Langzeitklick, weil das für die Bewohner einfacher zu realisieren ist. Da passiert einfach eins, dass die Musik ausgeschaltet wird. Es werden die Bewegungsmöglichkeiten aktiviert, die restlichen Lichter bzw. Steckdosen ausgeschaltet, die man nicht braucht. Und parallel dazu wird das Nachblick unter dem Bett aktiviert. Und nochmal mit 40% von der Leistung her, dass man nicht dann beim Aufstehen ins WC oder ins Boot nochmal geblendet wird.